Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Argumentieren. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Eine schüchtern Anweisung. Du kommst jetzt mit. Ich kenne dich. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Überzeugend. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Das rückt dein Warnschuss genug. Genug. Das reicht jetzt. Zweifel sehen. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Oh, das ist so ein Hin und Her. Oh, ich kann ja nicht direkt aufgeben. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Entscheide dich jetzt. Schwierig. Ich kann, er muss frei sein. Die Programmierung wird einfach zerstört und abgerissen. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. So, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Oh, shit. Die greifen sofort dann. Was ist los, Kara? Ich glaube, wir müssen hier verschwinden. Na los, 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 los! Einheit von Gott, Gott. Der kann er sehen. Diese Wichse. Wir hatten den der Falle. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Schnell, schnell. Weg, weg, weg. Schmeller. Okay, immer hinter Luthor her. Scheiße, 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 scheiße. Alter, das ist ja nie labile Wind, ey. Oh, shit. Die sind auch schon tote. Oh, shit. Oh, fuck, fuck, fuck. Nach rechts. Nein, nicht Luster. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Prachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen. Komm. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Markus. Es dauert nicht lang. Markus, ich glaube an dich. Du schaffst es. Lasst mich durch. Markus ist tot. Oh, shit. Oh, shit. Lauf, Markus. Lauf. Lauf. Nee, lauf doch nicht. Es ist zu spät, Kara. Rette dich. Rette Alice. Nein, wir lassen dich nicht hier zurück. Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht. Wir müssen Luster mitnehmen. Aber Endes. Luster, Endes. Luster. Ich lasse dich nicht hier. Kara, nein. Wir schaffen das zusammen. Komm. Komm, großer. Ich kann ihn nicht liegen lassen. Das geht nicht. Luster hat uns auch gerettet. Keine Bewegung. Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Luster. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Luster ist ein richtiger Ehrenmann. Der steckt sich. Oh, ja, ja. Schnell dabei. Sie stirbt da draußen, Kara. Mach auf. Mach die Tür auf. Ja, scheiße. Komm schon. Ja. Komm schon. Kara, du schaffst das. Ich glaube an dich. Nimm die Waffe. Nimm sie Waffen. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Bist du okay, Kara? Ja, mir geht's gut. Wir können nicht hierbleiben. Ich hoffe, du hast die Waffe dabei. Da sind noch mehr. Folgt mir. Wie Tunnel blinkenäßig laufen hierhin rum? Ich seh die gar nicht. Also, ich find's gut, aber... Ich sprich nicht für die. Oh, das ist so fucking spannend. Verdammter Mensch, woher er... Okay, Schleichmissionen. Schneller rein. Ich muss reingreifen. Mach sie fertig. Ja, Markus. Du hast uns gerettet. Weg hier. Schnell. Okay, weiter geht's. Äh, noch nicht lang? Lammert ihn aus. Röndo. Äh, warte, warte, warte. Korb. Das ist mit dem Sinn, dass ich künzt schützen. Ich muss denen helfen. Ich kann meinen Folgen sterben lassen. Komm schon. Bam. Sau gut. Weg hier. Zu den anderen. Ich muss auf jeden Fall runter, aber ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Eingreifen, natürlich. Schnell, hier lang. Such noch. Ich komme nach. Jetzt nimm doch mal eigentlich nur so eine scheiß Waffe mit. Gottverdammte Kacke. Nein, nein, nein. Äh, fuck, fuck, fuck. Tuscheln. Als ob die das jetzt nicht gesehen haben. Bitte tötet mich nicht. Geh nicht auf. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Na los, wir verschwinden von hier. Glück gehabt, ey. What the fuck. Alice, bleib ganz ruhig. Schnell, wir müssen weg. Ey, das ist so gottverdammt traurig, ey. Holy shit. Bei jedem schießen sie sofort, nur gar nicht. Klar, das macht so Sinn. Markus, oh, fuck. Markus ist ein verdammt guter Kämpfer und er schmeißt immer die Waffe weg. Okay, wie viel Zeit haben wir? Ich hoffe, mehr als zwei Minuten, weil ich kenn den Weg echt nicht. Markus. Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Oh, lauf, 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 lauf. Okay. Das Ende von Jericho war hoffentlich der Weg zur Freiheit. Oh, no. Fuck it. Ja, no threat. No threat. No threat. No threat. Da drüben. Los. Los, jetzt. Geil, da drüben. Perfekt. Geiler Tauersch. Die hatten echt scheiße viel Sprengstoff. Du hartnäckiger kleiner Bastard. Okay, das war ein echter Scheideweg. Aber eine scheiß krasse Folge. Da ist Spannung ohne Ende drin. Okay, der dritte Strang. Holy shit, ey. Okay, dann, das ist der Weg von, 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 von Marcus? Okay, da hätten wir auch einen anderen Weg gehen können. Das wäre ein kurzer Part gewesen. Ich glaube, das wäre dann der Part gewesen, wo er dann festgenommen worden wäre. Aber krass. Da hätten wir die Bombe nicht zünden können. Da wäre er vielleicht oben gestorben. Von Connor. Schiff angekommen. Okay, das war dann der Part Abweichler oder kein Abweichler. Oder wird auch hier Abweichler werden, kein Abweichler werden. Ach, das hätte da jetzt angefangen. Okay. Alter, aber wie viele Stränge man noch hätte gehen können. Da oben geht's auch noch was weiter. Wir haben uns jetzt für den linearen Weg entschieden. Und das wäre wohl gewesen mit, mit Marcus ein Kommen vom Schiff. Oder sowas ähnliches. Und Keras Weg ist der für mich interessanteste, muss ich ganz ehrlich sagen. Fahrt nach Jericho mit Alice und Lusa. Und dann das Oben wäre bestimmt nur mit Alice gewesen. Krass. Krass, krass, krass. Okay, da hätten wir sich auch noch einen anderen Stand scheiden können. Der Weg hier. Das ist der interessante Part. Was da alles hat noch passieren können. Holy shit. Aber okay, Leute. Ich werde euch mal zwei Teile daraus machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut raus und bleibt geschmeidig. Peace.